hallo herzlich willkommen und zwar wir sind hier in der niederteilbahn wo ich das video über den die die route gemacht habe von stockheim ob dahin gefahren habe jetzt haben wir mal andersrum wir fahren jetzt von hier weiß das bekannte kaff nochmal ich sage auch kaffee sieht alles altbacken aussieht aus wie käfer niedorf feld also wir sind da irgendwie und wir fahren heute mit den 628 das heißt mit den 628 natürlich mit dem motor der vorne wir fahren auch ein bekanntes lackierung von der hlb bahn hessische landesbahn hessen bahn halbe bahn sagt auch ja war das komplette ganze das krieg man nicht hin wir werden einfach mal die türfreigabe machen erst mal aufgerüstet er ist schon vor aufgerüstet weil jetzt wollte motor ausschalten weil ich motor abschalten weil das der motor bisschen gleich an machen können jetzt mal am licht ist an wunderbar wir können gleich los das war mal auf 100 egal was ich drücke spiegel soll eingeklappt werden ja nur noch ein bisschen licht an für die leute dass sie ich in dunkel nicht hocken haben wir licht super werden licht alles klar für die aus der bremsschlüssel reinstecken dann auch mal die sachen an zu machen eigentlich brauche ich nicht aber ich brauche die weil die signale waren jetzt mal abends ja und tsw fährt auch in zeitumstellung auch einem im abend stunden also wenn wir die zeit umgestellt haben und anderen dingen ist wie auch das ganze geht es mal los dann fahren wir mit dem 6 28 mal wenn er mal los fährt hier wir fahren los so nahe selber erstellt warte mal so um wo muss sie auch noch ist die beleuchtung wir an weiß ich nicht aber wieder zurück gehen ich habe zu einem mod drin da war mal los es geht nach badwirbel also badwirbel anbindung anbindung regional da zu der ähm frankfurt anbindet und gießen und marburg in der verbindung geht wenn wir alle fragen wer fährt nicht da aber vielleicht deutsche bahn ne nein aber ich will jetzt die fahren wollte ich in mint fahren nicht aber wo doch auch nicht zu pfeifen wir sollten auch gleich anhalten sehr wichtig go 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 hessen löst irgendwas kommt jetzt es kommt jetzt realität hört er die anders an also ja wollte wissen ich war mal auch mal da gewesen mit dieser fahrt nicht beim bei mir war es so so ein ding habe bei uns gefahren oder betreuung hatte ich doch ein kleines gehabt aber gespannt und neue linie kommt bald für den linienverkehr wird das eiber wird das scheinlich links machen der co-hessenbahn die neue linie bekommen wir auch mal gespannt drauf türen geöffnet müssen wir ein bisschen warten trinken die schilder haben wir noch ab und zu aber naja weniger natürlich natürlich komplett das haus will viele menschen werden wir so machen so hinstellen und so schnauze halten ist so laut dass wir nicht sagen weil die sagen der motor ist wie kannst du nur kein nix dazu naja weg 100 geben doppelte ration heute kuppen kuppen heute den nachgewiesen dass ich den diesen triebwagen wieder fahrer gar unter 60 dürfen wir ja 60 setzen 6 also heißt setzen 6 verreist sie den doofen tierschutz anderling weg von der platte in meiner vorausschreibung anderling dass wir nichts hier vor kommentieren hier der kehrung dieses fahrzeug besitzen tut weniger heute auf den deutschen schienen alle haben dieses fahrzeug noch aber selten wird er gefahren wird der gefahren bei uns ist er auch wozu gefahren ab wozu bei mir ich das weiß auf der erneut nach kassels wieder zurück nach schweimstadt nach kassel erneut wir vermisse ich irgendwie vermisse ich wir vermisse die kollegen letzte station war anscheinend gleich eins ist auch ganz anders mal das ding zu fahren warte mal da mal gucken wollte mal angucken schwerpunkt ja war raus damit den schwerpunkt der kann mich immer arschlecken das macht nur kaputt ich wollte mir ganz kurz gucken ich wollte mit nein ja das wollte ich machen hier zum beispiel der gleis hier weil ich dir auf details irgendwie hier guck mal das abgerissen ich das weiß hier war mal zwei gleis ich das weiß ich das weiß vorher die strecke war zwei gleis ich das weiß oder gar nicht und so heute ist eingleis ich weiß ich doch nicht keine ahnung das gas runter sie bald da Jetzt ein bisschen freimachen Sonst eher fucking schuld Äh, selber fucking schuld Kein Bahnübergang Der muss gut werden Wir sind leider verpflichtet Ganz schon lange Blöder Scheißhaufen Einmal da was hinzustellen Der denkt, da ist Verkehr Naja Meine Damen und Herren Bad Pirbel Bitte steigt alle aus Regionalbahn Richtung Nach Frankfurt oder nach Schwalmstadt RB41 Bitte steigt alle aus Gegenstände mitzunehmen Und bitte lass das Gepäck nicht liegen Im Zug nicht liegen Bitte steigt alle aus Dieser Zug wird abgestellt Und nächste wird wieder nach Stockholm zurückkehren Ist immer auch so Mach da immer Pause dazu Wir fahren ja nicht jeden Tag Oder wozu Meine Heimat war so Fährt nur ein paar Bus Zwei Buslinien hatten wir Zwei Buslinien Ich das weiß Und einer so und so Aber ob mein Untertitel Bisschen Ne Meine Beschreibung Bisschen angepasst Ja So lange alles Schon wieder Ne Wo ist das korrigieren Schade Schade dass man hier nicht Zu meiner Dings Stadt fahren Nicht kann Schade dass Bei mir Nie Dieser Stadt Weiter Dass man hier Nicht Frankfurt Oder Kassel Nicht Nicht fahren Kann Auch Nicht anbitten Nicht kann Nicht Versuchen Ja Ja Ausschalten Das schalten wir aus Das schalte ich ab das wird auch nur stellung gestellt und aktuell ist nix neues aktuell für tsb oder komplett allgemein wollte ich mal loswerden so hier steht auch keine zugsanzeige nicht drauf hier zum beispiel hier steht nichts drauf ist ziemlich blöd guck hier weil ich zum beispiel hier zeige mal katz wo es lang geht würden auch weiter gehen könnte hier ihr solltet auch weiter hier fahren ich das weiß hier kann nur für die niederteil niederteilbahn ist nur gar nur fahren könnt hier zum beispiel könnt ihr nicht mehr weiterfahren und anderen dingen weiß nicht fahrbar nicht ist und anderen dingen schade das ist meine abschnitt meine wein mein weserbahn ist mein abschnitt schade dass man sich da nicht hinfahren kann ist ziemlich blöd und anderen denkt so hier sind wir abends angekommen sind wir auch abends jetzt müssen wir aussteigen jetzt nur damit sagt ey cool rausgesprungen realität macht man nicht muss sagen hat es gefallen mir hat es gefallen und so schade dass er uns nicht fern tut so wiedersehen tschüss